Besenreiser. Helfen Hausmittel bei erweiterten Venen? Besenreiser sind ein kosmetisches Problem, gegen das allerlei Hausmittel empfohlen werden. Helfen Hausmittel gegen Besenreiser? Gegen alles ist ein Kraut gewachsen, sagt ein deutsches Sprichwort und getreu dessen Geistern diverse Tipps für Hausmittel durch Presse und Internet, die gegen Besenreiser empfohlen werden. Doch helfen Hausmittel gegen die erweiterten Venen? Und wenn ja, welche? Was sind eigentlich Besenreiser? Im Grunde genommen sind Besenreiser die kleinen Schwestern von Krampfadern. Sie entstehen auf gleiche Art und Weise, sind nur wesentlich kleiner und dadurch weniger auffällig. Krampfadern sind Venen, die sich durch zu schwache Venenwände oder schwaches Bindegewebe erweitern. Wer zum Beispiel viel im Beruf steht, sich wenig bewegt oder übergewichtig ist, hat ein größeres Risiko, Krampfadern oder Besenreiser zu bekommen. Fast die Hälfte aller Deutschen über 25 Jahre hat Krampfadern. Die kleinste Variante, Besenreiser, ist auch nichts anderes. Es gibt vorbeugende Maßnahmen und natürliche Heilmittel, mit denen du für eine bessere Durchblutung der Beine sorgen und Krampfadern und Besenreisern vorbeugen kannst. Haben sich erst kleine, feine Besenreiser oder große, sich schlängelnde Krampfadern gebildet, ist es zu spät. Wer möchte, kann diese chirurgisch entfernen, veröden oder verschließen lassen. Dazu sollte es aber am besten nicht kommen, denn es gibt pflanzliche Mittel, die helfen, einer Entstehung von Krampfadern und Besenreisern vorzubeugen. Es gibt aber keine wirksame Creme, Massage oder sonstige Hausmittel, die bereits vorhandene Besenreiser verschwinden lassen. Spare dein Geld dafür und sorge besser dafür, die Entstehung von Besenreisern und Krampfadern zu vermeiden. Helfen Hausmittel gegen Besenreiser? Krampfadern sowie Besenreiser sind nicht gerade attraktiv und können, als stark ausgeprägte Krampfadern, zu Problemen führen. Sie treten fast ausschließlich an den Beinen auf. Besenreiser sind die Miniaturausgabe von Krampfadern, nur an kleineren Adern sowie weniger stark ausgeprägt. Es gibt vorbeugende Maßnahmen sowie natürliche Heilmittel, mit denen du für eine bessere Durchblutung der Beine sorgen und damit Krampfadern und Besenreisern vorbeugen kannst. Es ist außerdem hilfreich, die Venen zu stärken. Folgende Hausmittel und Tipps können helfen. Bewegung Wer den ganzen Tag auf den Beinen war, spürt sie dann abends. Die Beine werden sprichwörtlich schwer durch verminderte Durchblutung und dadurch dann bedingte Wasseransammlung. Wer oft unter schweren Beinen leidet, weil er zum Beispiel im Job viel stehen muss, sollte sich angewöhnen, die sogenannte Venenpumpe zu aktivieren. Bei sitzender sowie stehender Tätigkeit ist das ganz einfach. Mit den Füßen auf- und abwippen, indem wechselnd die Zehenspitzen und die Fersen nach oben gezogen werden. Diese Übung ist auch ideal auf Fernflügen sowie langen Bus- oder Autofahrten. Bewegung hilft, sich in den Beinen ansammelndes Wasser abzutransportieren. Ein kleiner Spaziergang in der Mittagspause tut dann nicht nur den Beinen gut. Folgende Übungen helfen auch, die Venenpumpe zu aktivieren. So helfen Hausmittel gegen Besenreiser. Zehenstand Diese Übung kannst du dann immer und überall machen. Stelle dich einfach auf die Zehenspitzen und wippe dabei dann auf und ab. Damit kannst du schon morgens beim Zähneputzen oder dann unter der Dusche beginnen. Wie im Sitzen aktiviert diese Übung auch im Stehen die Venenpumpe in deinen Beinen. Hacke Spitze Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm und vorwärts, rückwärts, seitwärts ran, Hacke, Spitze, hoch das Bein. Als Kinder kannten wir das alle. Aber auch als Erwachsene können wir es nutzen. Laufe zunächst zehn Schritte auf der Ferse, Hacke, dann zehn Schritte auf den Zehenspitzen. Luftrad Lege dich dazu auf den Rücken, am besten auf eine etwas festere Unterlage wie einen Teppich. Stütze dann deinen Po mit den Armen ab und mache eine Kerze. Fahre dann mit den Beinen in der Luft Fahrrad. Eine Minute strampeln, dann Pause. Täglich fünf Minuten Luftrad fahren kräftig die Venen. Pflanzliche Mittel Es gibt auch Pflanzen, die stärkend auf die Venen wirken. Du bekommst sie in Reformhäusern als Tee zum Aufbrühen sowie in konzentrierter Form als Tabletten oder Dragees, in denen Wirkstoffe extrahiert zur Verfügung gestellt werden. Diese Pflanzen helfen, die Venen zu stärken. Rotes Weinlaub Knoblauch Waldmeister Brennnessel Steinklee Mäuse Dorn Roskastanie Oft ist es auch eine Kombination von Hausmitteln und Heilkräuter, die zum Erfolg führt, probiere es aus. So helfen Hausmittel gegen Besenreiser. Zusätzliche Verhaltensmaßnahmen Kalte Duschen sind nicht jedermanns Sache, aber an den Beinen gut auszuhalten. Durch das kalte Wasser ziehen sich die Gefäße zusammen und das eingelagerte Wasser wird abtransportiert. Wechselduschen halten die Gefäße elastisch und sind ebenfalls sinnvoll. Es ist sinnvoll, so oft wie möglich die Beine hochzulagern, um schweren Beinen vorzubeugen. So kann man die natürliche Schwerkraft austricksen, die das Wasser in die Waden treibt, und somit Venen und Bindegewebe schonen. Nur eins ist ganz sicher. Sind die Besenreiser schon da, kommt jede Hilfe zu spät. Untertitelung des ZDF für funk, 2017